Im Winterleuchten immer ein großes Feuerwerk gezündet und direkt daneben ist eine Diskothek. Da hatten wir das letzte Mal unsere eigene Fachschaftsparty. Man munkelt, unser Alttestamentler hat da Bierpottet gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer dem Großplatz lernen und der grauen Innenstadt entkommen möchte, muss einfach nur in die Dortmunder Außenbütze gefahren. Hier im Stadtteil Sieburg findet man zum Beispiel die alte Burkruine Hohen-Sieburg und hat einen tollen Ausblick über das Rotteil oder kann sich zum Beispiel auch das Pferde Wilhelm Weg mal angucken. Untertitelung des ZDF, 2020